Mega Rentenerhöhung zum 1.7.2024 oder doch nur 3,5%. Nominallohnanstieg im dritten Quartal 2023 bei 6,3%. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, es geht wieder einmal um die Rentenerhöhung, die zum 1.7.2024 zu erwarten ist. Wir haben ja den Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung, der kam kürzlich raus im November 2023 und dort bildete die Bundesregierung oder gab die Bundesregierung eine Schätzung zur Rentenerhöhung 2024 ab, ernüchternderweise 3,5%. Das steht irgendwie gegen die Erhöhung der Nominallöhne, die wir aktuell in Deutschland haben, zurzeit doch recht ordentliche Erhöhung. Und ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, um was es bei den Nominallöhnen geht, warum die aus meiner Sicht doch recht wichtig sind, als erste Information, als Hinweisgeber für eine entsprechende Rentenerhöhung. Gucken wir uns das mal an, was ich hier für Sie mal aufgeschrieben habe. Das Bundesamt für Statistik gibt uns Informationen zum sogenannten Nominallohnindex. Nominallohnindex. Meine Damen und Herren, bitte nicht zu verwechseln mit dem Reallohn, der sicherlich im ersten Quartal immer noch gesunken ist diesen Jahres und im zweiten Quartal das erste Mal ein klein wenig praktisch gestiegen ist und jetzt im dritten Quartal auch nochmal gestiegen ist. Aber das hat einen Zusammenhang damit, dass von dem Nominallöhnenanstieg sozusagen der Inflationsanstieg abgezogen wird und dann hat man einen realen Kaufkraftlohn in der Tasche. Aber für die Rentenerhöhung ist der Reallohn absolut irrelevant, sondern wir brauchen nur die Bruttomonatsverdienste, die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste. Also der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlung von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab. Und da muss man ganz ehrlich sagen, haben wir eine sehr erfreuliche Entwicklung. Im Jahr 2023 haben wir im ersten Quartal 5,6% Anstieg Nominallohn, dann im zweiten Quartal 2022, 2023 6,6%. Das war der höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe. Und mit Pressemitteilung vom 29.11.2023, der DeStatis, also Bundesamt für Statistik, für das dritte Quartal 2023 immerhin wieder 6,3%. Wenn man das alles zusammenfasst und durch drei dividiert, kommt man auf rund 6% Nominallohnanstieg vom ersten bis zum dritten Quartal 2023. Das sind doch mal richtig dicke, fette Zahlen. Meine Damen und Herren, und wir hatten in dem Ende des zweiten Quartals 2023, hat dann zum Beispiel der Professor Dr. Raffel-Hüschchen gesagt und auch andere Ökonomen, ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir könnten es mit einer Rentenerhöhung zwischen 5% bis 6% zum 1.7.2024 bekommen. Also eine solche Rentenerhöhung. Ich habe mich sozusagen dieser Auffassung auch angeschlossen, habe gesagt, ja, das ist irgendwo in dem Bereich, wo wir hier diese Nominallohnanstiege 2023 haben, dürfte das ja vielleicht auch in diesem Bereich so sein. Meine Damen und Herren, die Schätzung der Bundesregierung im Rentenversicherungsbericht ist eine reine Schätzung. Die basiert natürlich auch auf validen Daten, die sich die Bundesregierung geholt hat. Aber ich gehe davon aus, dass für die Berechnung des neuen Rentenwertes die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste im Jahr 2023 entscheidend ist. Und das, meine Damen und Herren, sagt uns was ganz anderes. Das heißt also, ich gehe davon aus, wenn der Nominallohnanstieg im vierten Quartal 2023 auch so weitergeht, werden wir eine andere Rentenanpassung zum 1.7.2023 erleben dürfen. Ich hoffe das sehr, die dann deutlich höher ist als die prognostizierten 3,5%. Meine Damen und Herren, gucken Sie sich bitte auch mal den Nominallohnanstieg im Jahr 2022 an. Wir haben ja zum 1.7.2023 eine Rentenerhöhung im Westen gehabt von 4,39% und im Osten von 5,86%. Und da waren die Nominallöhne im Jahr 2022 deutlich niedriger. Das hing auch mit der Corona-Phase zusammen. Aber der Anstieg im Jahr 2023 ist schon fulminant, das muss man wirklich sagen. Und ich gehe davon aus, dass wir eine Rentenerhöhung im Jahr 2024 haben werden, die doch deutlich höher ausfallen muss, wenn man sich diese Zahlen anguckt, als die prognostizierten 3,5%, die die Bundesregierung im Rentenversicherungsbericht 2023 ausgewiesen hat. Näheres zu diesem Thema, wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. ...